Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu O-News, powered by StockX. O-News ist euer Snackable-Podcast-Format von O-Schuhn am Freitagmorgen mit allen Infos zu den wichtigsten Sneaker-on-Streetwear-Releases der Woche und dem Rückblick auf die vergangenen sieben Tage. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe für euch heute, am 20. Oktober 2023, die wichtigsten Infos zusammengetragen und unter anderem sprechen wir heute über eine Klage gegen Supreme, 50 Jahre Hip-Hop, ein Eiscreme-Sandwich von Soulbox und die Rückkehr eines legendären Air Jordan. Zuerst starten wir aber wie gewohnt mit der vergangenen Woche. Folgende Releases gab es. Nike Air Jordan 1 Low Golf und Travis Scott. Nike Air Jordan 1 Low White Rat. Nike Air Jordan 1 High Mouth. Nike Air Jordan 1 High Satin Bread. Nike LeBron 21 Dragon Pearl. Nike Terminator Low UNC. Nike Air Max Plus und Putter und FC Barcelona. Nike Court Beside und Supreme. Nike SB Dunk High Halloween aka Sweet Tooth aka Candy Corn. Adidas Gazelle und Sean Watherspoon Mushroom Leather. Adidas Samba und Nice Kicks. Adidas Skateboarding Samba und Jason Dill White Patent Leather. New Balance 610T und Fresh Foam More Trail und Kale. New Balance 998 und Concepts C-Note. Vans Oldschool LX und Undefeated U-Man. Vans Halfcap und 18 East. On Cloud Venture, Waterproof und Packer. Salomon XT6 GTX und Sense. Saucony Shadow 6000 und Asphaltgold. Birkenstock und Tekla. Crenshaw Skate Club und Los Angeles Chargers. und Supreme und Dickies. Kommen wir zur nächsten Woche. Was gibt's heute, morgen und in den nächsten sieben Tagen an Releases? Let's check. Gelb, Bronze und Lila auf den Side Panels. Beige und Grün auf der Mid-Soul. Dazu schwarzes Futter und Laces. So der laute, aber stimmige Saucony Pro Grid Omni 9 aka Crystal Cave, der heute erscheint. Saucony hat aktuell einen echt guten Lauf und der Crystal Cave ist da keine Ausnahme. Gediegener geht es da bei der Co-Lib zwischen Carhartt und New Balance auf dem 990 V6 zu. Würde aber ehrlicherweise auch wundern, wenn man vom bekannten Braun der Work-in-Progress-Brand abweichen würde. Kommt als Made in USA und liegt daher bei satten 270 Euro. Amsterdams Feines Putter hat für heute den nächsten Drop ihrer Fall-Winter-Kollektion geplant. Da gibt's Strickware, Flanel, Camouflage und die klassischen Streetwear Essentials zu haben. Und BBC Ice Cream feiert bekanntlich 20 Jahre. Heute erscheint daher eine Capsule-Collection mit unserem All-Time-Fave-Instagram-Moodboard-Hidden-NY. Geben wir jetzt Caps, Hoodies, Shirts und grüne Strasssteine im Schritt deiner Japan Denim. Am Samstag haben sich Essex und Tomo für ein GT 2160 zusammengetan. Der Kogarashi signifies where summer meets winter, the warm connecting to the cold. Aus diesem Grund besteht der Colorway auch aus kühlem Blau und Grau auf dem Upper, aber auch warmem Beige und Orange im Mudguard und der Sohle. Außerdem feiert Nike Dia de Moetos und bringt zumindest den pinken Air Max One mit gelben Akzenten aus ihrem Totentanz-Pack auch nach Deutschland. Damit werden der Air John One High CMFT Zoom 2, der Dunk Low und der Blazer Mid-77 wohl nur über den Zweitmarkt zu bekommen sein. Sonntag droppt dann die Co-Lib zwischen Puma und Hajime Sorayama. Der bringt seinen unter anderem von seiner Co-Lib mit Mizuno bekannten silbernen Touch auf einen Kleid und einen Slipstream mit und feiert damit gleich 75 Jahre Puma und 50 Jahre Puma-Kleid. Und am Dienstag erscheint die Co-Lib zwischen Basketballer Chris Paul und der Jordan Brand auf dem Air Jordan One Low. Light Cream und Sail werden ergänzt um ein geprägtes Blumenmuster, der Tongue-Label-Inschrift Give Them Flowers sowie Floralem auf der Innensohle und der Sohle selbst. I wanted it to be clean, so Paul im Interview mit BR Kicks, and a lot of details. Kommen wir zum Fev Cop der Woche, da sage ich, ich passe. Werbung. Und solltet ihr bei eurem Fev Cop der Woche kein W ziehen, kein Problem, checkt einfach StockX. Die haben euren Pick auf jeden Fall schon gelistet und regeln die Nummer unkompliziert. Werbung Ende. In other news. First look. Was hat Teilzeit-Philosoph DJ Khaled zuletzt noch im Interview bei Complex gesagt? Warum laufen, wenn man auch gleiten kann oder so ähnlich? Gemeint war auf jeden Fall Drakes Nocta Glide, sein vom Zoom Air 95 und Basketball inspirierter Sneaker, der aktuell recht gut anzukommen scheint. Kein Wunder also, dass es demnächst eine All-White-Variante geben soll. Anscheinend wohl auch noch dieses Jahr. Definitiv noch dieses Jahr, und zwar am 28. Oktober erscheint endlich der lang ersehnte Air Jordan 12 Cherry Retro. Weißes Upper, roter Madgat und Sohle, so eine der OG Colorways, den His Airness selbst noch Encore trug. Wer kennt es nicht? Das legendäre Eiscreme-Sandwich. Diese Vanille-Erdbeer-Schokolade-Kombi zwischen zwei Waffeln dient Retailer Soulbox nun als Inspiration für ihre nächste Adidas-Colab. Die passiert dann auf einem Rivalry-Low und kommt mit hellem Abhau und eben roten und braunen Stripes. Das Packaging ist dann angelehnt an die Eisverpackung und setzt dem Storytelling einen sinnigen Punkt. Erscheint am 28.10. exklusiv bei Soulbox. Kommen wir zu Sketchers, einer Brand, die in fast 150 Folgen O-News noch nicht ein einziges Mal genannt wurde. Das ändert sich jetzt, denn mit Blick auf die anstehende neue NBA-Saison gibt die Brand aus Kalifornien ordentlich Gas. Jetzt zeichnet sich ein Deal mit Superstar Joel Embiid ab. Der war zuvor erst bei Adidas und dann bei Under Armour gesigned und könnte, sollte der Deal in diesen Stunden unter Dach und Fach gebracht werden, in ordentlich Aufmerksamkeit ziehen. Ob die Schuhe dann auch alle so spielbar sind, das wird sich zeigen. Scheiße aussehen tun sie, das muss ich an dieser Stelle gestehen, aber tatsächlich gar nicht so. NYC-Icon-Brand 555 Soul ist zurück. Und nachdem es schon länger Gerücht war, ist es nun bestätigt, Klott und Founder Edison Chan docken nach ihrer jahrelangen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit Nike nun bei Adidas an. Erste Pieces konnte man schon sehen und, ich sag mal so, wird erwachsen bis fancy die Nummer. Wir warten weiteres ab. Die Hardcore-Legenden von Sick of it All verklagen Supreme. Wie die Visions berichtet, geht es dabei um das sogenannte Alleyway-Crew-Logo von Sick of it All, das einen stilisierten Drachen darstellt und Teil der Co-Lab zwischen Supreme und Mope Deep in diesem Sommer war. Zu der Historie des Logos und der Connection zwischen Sick of it All, Mope Deep und New York hatte ich damals schon was auf Instagram geschrieben. Jetzt hat das Label Bush Baby Summergate, welches als Rechteinhaber des geistigen Eigentums der Hardcore-Band auftritt und sich 2004 das Logo sicherte, anstandet, dass die Verwendung dieses Drachensymbols durch Supreme unrechtmäßig sei. Mope Deep benutzten das Symbol erstmals 1996 auf Put a Jam on Em. Bei Sick of it All tauchte es bereits 1989 als Teil der Liner Notes ihres Debuts A Blood, Sweat and No Tears auf. Die Bezeichnung Alleyway benutzte die New Yorker Hardcore-Bands bereits drei Jahre früher auf einer selbst betitelten EP. In einem Interview von 2011 erzählte der inzwischen verstorbene Rapper Prodigy von Mope Deep allerdings, dass er das Symbol in den 80ern an der Fassade eines Tattoo-Studios in Queens entdeckt hatte. Dem gleichen Viertel, aus dem auch Sick of it All kommen. Ein ehemaliger Rhodey von Sawyer erwähnte gegenüber Pitchfork, dass auch er das Logo aus den Flashsheets eines New Yorker Tattoo-Studios kenne und es im Dunstkreis der Bands seit etwa 1987 als eine Art Crew-Symbol benutzt wurde. Bleibt irgendwie ein Geschmäckle bei der ganzen Nummer, wir bleiben dran. Und Minecraft ist das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Im 15. Jahr verkaufte man über 300 Millionen Copies. Da kommt nicht mal Grand Theft Auto V ran, die liegen zwar auf Platz 2, aber mit nur 185 Millionen Exemplaren soweit abgeschlagen. Das sind wahnsinnige Zahlen. Und die besten 9 Songs gibt's natürlich wie immer in unserer Spotify-Playlist High-Fives and Stage-Dives. Wenn ihr auf gute Musik steht, dann abonniert die Playlist. Ihr findet sie neben anderen Playlists auch auf meinem Spotify-Profil unter Amadeus Amatüner. Die gute Nachricht der Woche. Am Dienstag beginnt die neue NBA-Saison und die verspricht richtig, richtig gut zu werden. Die schlechte Nachricht der Woche. Außer, du bist kein Fan der San Antonio Spurs. Dann wird Viktor Wimbanyama wahrscheinlich deine Träume zerstören. Die Frage der Woche. Jede Woche stellen wir euch die Frage der Woche. Dieses Mal powered bei Glückstreter. Und unter allen Einsendungen per Instagram DM verlosen wir am Ende dieses Monats einen Gutschein im Wert von 250 Euro bei Glückstreter. Vorausgesetzt, ihr schickt uns eure Antwort und teilt diese Folge auch in eurer Instagram-Story und verlinkt uns, damit wir das auch sehen. Und wer das regelmäßig macht, steigert natürlich seine Chance. Die Frage der Woche lautet, ihr könntet jetzt einen Sneaker eurer Wahl auf StockX shoppen und Geld würde keine Rolex spielen. Welcher wäre es? Slideet in unsere DMs, wir freuen uns auf eure Antworten. Last but not least. Dieses Jahr ist Hip-Hop 50 Jahre alt geworden. Zeit, diese 5 Jahrzehnte Revue passieren zu lassen und natürlich über legendäre Deals und Collaps wie zwischen Run-DMC und Adidas, Jay-Z und Reebok, Tyler the Creator und Converse oder Travis Scott und Nike zu sprechen. Denn Sneaker-Culture heißt auch Hip-Hop-Culture. Das tun wir aber nicht alleine. Wir haben Journalist und Hip-Hop-Enzyklopädie Mr. Falk Schacht eingeladen. Und das bedeutet Knowledge, Fun-Facts und unterhaltsame Storys aus 50 Jahren Hip-Hop. Sonntag, 12 Uhr, Spotify, Apple Podcasts, YouTube oder wo immer ihr auch Bock habt, das zu hören oder zu sehen. Nicht verpassen. Das waren die O-News für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt den O-News und den O-Schum-Podcast kostenlos bei allen Streaming-Diensten hören und überall dort auch abonnieren. Folgt uns auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Gut gehen lassen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.